Die Geschichte der Maria Stromberger, Österreich und Auschwitz. Heute das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, berichtet von dem Historiker und Publizisten Harald Walser. Die Krankenschwester Maria Stromberger war eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des österreichischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Trotzdem kennt sie kaum jemand. Das ist eigenartig. Eigenartig, vor allem dann, wenn man daran denkt, was sie gemacht hat. Sie hat sich freiwillig nach Auschwitz gemeldet und war dort Oberschwester im SS-Revier, hat also SS-Männer gepflegt. Gleichzeitig aber hat sie nicht nur Häftlingen geholfen, sie hat sich sogar dem Widerstand angeschlossen. Nach 1945 ist diese Frau in Österreich aber fast unbekannt geblieben. Nur der ehemalige Auschwitz-Häftling Hermann Langbein hat immer wieder auf sie hingewiesen. Anders war das in Polen. Dort sind in großen Tageszeitungen Artikel über sie erschienen. Dort haben Häftlinge in vielfacher Form das Andenken an sie hochgehalten. Dort war sie auch Zeugin im großen Prozess gegen den Lagerkommandanten Rudolf Höss. Warum war das in Österreich anders? Für uns ist heute Auschwitz natürlich ein Begriff, ein Synonym für den Holocaust. Das war nach 1945 aber lange Zeit nicht so. Da hat eine breite Öffentlichkeit den Begriff Auschwitz meist gar nicht gekannt. Geändert hat sich das erst Mitte der 60er Jahre mit dem großen Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Auschwitz liegt auf halber Strecke zwischen Katowice und Krakau. Die SS hat dort ab 1940 das größte deutsche Konzentrationslager aufgebaut. Es war auch das größte Vernichtungslager. Die Dimension des Lagers ist gigantisch. Im Laufe der Zeit hat es sich auf eine Fläche von fast zwei Quadratkilometern erstreckt. Darunter das Stammlager, dann Auschwitz-Birkenau und Auschwitz-Monowitz. Diese drei Lagerkomplexe hatten zusätzlich etwa 50 sogenannte Nebenlager. Und fast 10.000 SS-Männer waren dort eingesetzt. In Auschwitz sind bis zu eineinhalb Millionen Menschen ermordet worden. Eine unvorstellbare Zahl. Die überwiegende Mehrheit dieser Opfer waren Jüdinnen und Juden. Ermordet wurden aber auch viele Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene und andere. Der Jahrestag der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee am 27. Jänner 1945 ist in Deutschland seit langem der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und seit etwa eineinhalb Jahrzehnten auch der internationale Gedenktag. Es ist unklar, wie viele Österreicherinnen und Österreicher in Auschwitz ermordet worden sind. In den Sterbebüchern sind etwa 2.000, knapp 2.000 verzeichnet. Die meisten Opfer aber wurden nach ihrer Ankunft direkt in die Gaskammer getrieben, ohne dass sie namentlich erfasst worden sind. Es wird geschätzt, dass insgesamt etwa 18.000 Menschen aus Österreich in Auschwitz getötet worden sind. Wenn man von österreichischen Opfern spricht, muss man aber auch daran erinnern, dass es in Auschwitz auch viele Täter und Täterinnen aus unserem Land gegeben hat. Vielleicht war das der Grund, warum man in der unmittelbaren Nachkriegsgesellschaft das Thema Tunlist gemieden hat. Vielleicht war das auch zumindest ein Grund, warum die Krankenschwester Maria Stromberger als ein herausragendes Beispiel für den Widerstand in Auschwitz praktisch unbekannt geblieben ist. Die Geschichte der Maria Stromberger Sie hörten Teil 1 einer Reihe zum Leben der österreichischen Widerstandskämpferin. Es berichtete Harald Walser, Historiker und Autor des Buches Ein Engel in der Hölle von Auschwitz. Die Biografie ist im Falter Verlag erschienen. Die Geschichte der Maria Stromberger, Österreich und Auschwitz Heute zum Leben von Maria Stromberger vor 1942 Berichtet von dem Historiker und Publizisten Harald Walser Geboren und aufgewachsen ist Maria Stromberger in kleinen Kärntner Gemeinden wie Metnitz, Emmersdorf oder dem heutigen Kappel am Krabfeld. Sie hatte acht Geschwister und war selbst das Nesthäckchen in der Familie. Was sie später in Auschwitz geleistet hatte, diese Empathie für unterschiedslos alle Menschen, die Aufopferungsbereitschaft und auch der Mut, das alles ist bei ihr schon in Ansätzen erkennbar in ihrer Jugend und Kindheit und dann vor allem auch in ihren beruflichen Tätigkeiten. Sie hat geholfen, sie hat sich eingesetzt für andere. Maria Stromberger war ein begabtes Kind, wollte lernen, aber die Möglichkeiten im ländlich geprägten Kärnten waren speziell für ein Mädchen begrenzt. Immerhin hat sie einen einjährigen Kurs zur Kindergartenhelferin abschließen können. Aber der Erste Weltkrieg hat ihr dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Kindergartenwesen war kaum ausgebaut, Jobs waren Mangelware. So hat es sie schließlich nach Graz verschlagen, wo sie fast 20 Jahre geblieben ist. Zuerst im Grand Hotel Steirerhof am Jacominiplatz, das von ihrer Cousine Therese Leib und ihrem Garten geführt worden ist, und dann im Gasthof ihrer Schwester Christina am Carmeliterplatz. Dort hat sie jahrelang auf ihren Lohn verzichtet, um die finanziell angespannte Situation des Pechter-Ehepaars nicht noch weiter zu verschlimmern. Diese Opferbereitschaft, diese Selbstlosigkeit hat sich auch gezeigt, als sie ihren Beruf zweimal aufgegeben hat. Einmal, um mehrere Monate lang ihre sterbenskranke Mutter zu pflegen, 20 Jahre später, um auch ihren schwerkranken Vater bis zu seinem Tod zu begleiten. Maria Stromberger, oder wie sie von gleich mehreren ehemaligen Holocaust-Überlebenden genannt worden ist, der Engel von Auschwitz, war eine emanzipierte Frau, lange bevor der Begriff verwendet worden ist. Sie war stark und selbstbewusst. Und sie war mutig, nicht nur später in Auschwitz, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen. Mit 40 Jahren hat sie sich dazu entschlossen, sich selbst ihren Lebenswunsch zu erfüllen und eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Ihre Schwester Caroline hat ihr in Bregens eine Stelle im Sanatorium Mirerau beschafft. Schließlich ist sie in einem Wehrmachtslazarett in Lienz in Osttirol gelandet. Dort hat sie von verwundeten Soldaten, von den Kriegsverbrechen gehört und auch von den Morden an der jüdischen Bevölkerung. Das hat sie zutiefst erschüttert. Und sie hat, wie das von ihrer Schwester Caroline berichtet wird, sofort einen Entschluss gefasst. Stromberger hat sich freiwillig zum Einsatz im Osten gemeldet. Ihre Schwester wollte sie anfangs davon abhalten, aber das war vergeblich. Ich will sehen, wie es wirklich ist, hat Maria laut ihrer Schwester gesagt. Vielleicht kann ich auch etwas Gutes tun. Und dazu hat sie bis Kriegsende mehr Gelegenheit bekommen, als sie zu diesem Zeitpunkt wohl geahnt hat. Zuerst war sie in einem Infektionsspital in Königshütte, nur wenige Kilometer von Auschwitz entfernt. Dort haben zwei Patienten im Fieberwahn über Auschwitz gesprochen und sie hat sich unverzüglich dorthin gemeldet. Ab dem 1. Oktober 1942 finden wir Stromberger im SS-Revier im Stammlager Auschwitz. Was sie dort in den nächsten zweieinhalb Jahren erleben sollte, hat alles überstiegen, was sie sich hat vorstellen können. Die Geschichte der Maria Stromberger Sie hörten Teil 2 einer Reihe zum Leben der österreichischen Widerstandskämpferin. Die Geschichte der Maria Stromberger Österreich und Auschwitz Heute die Widerstandskämpferin Berichtet von dem Historiker und Publizisten Harald Walser Die österreichische Krankenschwester Maria Stromberger hat sich freiwillig nach Auschwitz gemeldet. Sie wollte helfen. Und das hat sie ab Oktober 1942 dann auch getan. Weit mehr, als sie sich wohl selbst hat vorstellen können. Schon in den ersten Tagen in Auschwitz hat sie Dinge erlebt, die sie zeitweilig völlig aus der Bahn geworfen haben. Insgesamt aber haben sie diese Erlebnisse nun noch stärker gemacht. Sie hat geholfen, wo sie nur konnte. Zuerst einmal den Häftlingen, die ihr unterstellt waren. Sie war ja Oberschwester im SS-Revier, also dem Krankenbau für SS-Männer. Dann hat sie auch anderen Häftlingen geholfen, Lebensmittel organisiert, Medikamente etc. Das hat sich unter den Gefangenen natürlich sehr schnell herumgesprochen. Und schließlich hat auch die Leitung der Widerstandsorganisation im Lager davon erfahren. In dieser Leitung der Kampfgruppe Auschwitz waren beispielsweise der spätere polnische Ministerpräsident Josef Zyrankiewicz und der österreichische Spanienkämpfer Hermann Langbein. Sie sind vorsichtig und vorerst nur indirekt an Stromberger herangetreten. Sie selbst aber hat nicht lange überlegt und sofort eingewilligt. Somit war sie nur wenige Wochen nach ihrem Dienstantritt in Auschwitz bereits Teil des Widerstands, hat als sogenannte Meldegängerin bis Kriegsende regelmäßig Kassiber aus dem Lager und ins Lager geschmuggelt. Diese Dokumente hat sie an genau festgelegten Orten, meist waren das Bahnhöfe in den umliegenden Städten, an ihre Kontaktpersonen übergeben und deren Botschaften übernommen. Hermann Langbein hat sie einmal gebeten, auf ihrer Fahrt von Auschwitz nach Bregenz Zwischenstation in Wien zu machen und dort seinem Bruder eine Kleiderbürste zu bringen. Diese Bürste hatte einen Hohlraum, in dem sich Unterlagen befunden haben, unter anderem die Todeszahlen über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren. Daraus ist dann das erste Flugblatt entstanden, das in Wien über die Zustände in Auschwitz berichtet hat. Vom Urlaub hat sie dann sogar zwei Pistolen samt Munition mit zurück ins Lager gebracht und der Widerstandsorganisation übergeben. Natürlich ist das auch den SS-Männern aufgefallen. Es ist aufgefallen, wie korrekt, ja fast freundschaftlich Strombergers Umgang mit Häftlingen war. Sie hat sich deshalb auch mehrfach bei ihrem Vorgesetzten rechtfertigen müssen. Und das hat sie sehr, sehr mutig gemacht. Bei einer dieser Vorladungen hat ihre Antwort auf die Vorwürfe dann sogar jenen SS-Mann blass werden lassen, der sie angezeigt hat. Stromberger hat nämlich von Häftlingen erfahren, dass dieser im betrunkenen Zustand ein Bild Heinrich Himmlers zerrissen hatte. Als sie das vorgebracht hat, hat man sie dann längere Zeit in Ruhe gelassen. Anfang Jänner 1945 ist Maria Stromberger aus Auschwitz abberufen worden. Der Standardarzt Dr. Wirz hat ihr damit wohl das Leben gerettet, denn die Krankenschwester ist von vielen SS-Männern als Gefahr eingeschätzt worden und war damit selbst in Gefahr. Der Krieg war ja augenscheinlich verloren, Zeugen der Verbrechen unerwünscht. Über Vermittlung des Arztes ist sie über Berlin in ein Sanatorium nach Prag gefahren. Nachdem aber gar kein Leiden festgestellt werden konnte und Auschwitz inzwischen von der Roten Armee befreit worden war, erlebte Stromberger das Kriegsende bereits wieder in Bregenz. Sie hatte überlebt. Die Geschichte der Maria Stromberger Sie hörten Teil 3 einer Reihe zum Leben der österreichischen Widerstandskämpferin. Die Geschichte der Maria Stromberger Österreich und Auschwitz Heute österreichische Täter und Täterinnen in Auschwitz Berichtet von dem Historiker und Publizisten Harald Walser Auch unter den Bedingungen von Auschwitz haben Frauen und Männer aus Österreich dort Widerstand geleistet. Maria Stromberger ist ein herausragendes Beispiel dafür. Wenn es um Widerstand geht, um österreichischen Widerstand in Auschwitz, da muss man auch an Männer wie etwa Hermann Langbein oder Josef Meisel und viele andere erinnern. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte, der positive Teil. Es hat aber auch einen negativen gegeben. In Auschwitz sind auch viele Österreicherinnen und Österreicher für schreckliche Verbrechen verantwortlich gewesen. Besonders gefürchtet war Maximilian Grabner. Der Wiener war Chef der Lagergestapo in Auschwitz. Sein Treiben im Lager hat dazu geführt, dass sogar die SS gegen ihn ermittelt hat. Grabner hat beschlagnahmtes Eigentum von Häftlingen, vor allem Geld und Schmuck, für sich abgezweigt. Er selbst ist kurz nach Kriegsende durch die neu gegründete österreichische Staatspolizei verhaftet und an Polen ausgeliefert worden. Dort wurde er vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt. Ähnlich ist es der Oberösterreicherin Maria Mandl ergangen. Die Häftlinge haben die SS-Oberaufseherin wegen ihrer Grausamkeit aber sehr schnell gefürchtet. 1947 wurde die ehemalige Postbeamtin in Krakau zum Tod verurteilt und 1948 hingerichtet. Der Fall Mandl wirft aber auch ein bezeichnendes Licht auf den Umgang mit der NS-Vergangenheit in Österreich. Ihre Heimatgemeinde Münzkirchen hat im November 1975 eine Todeserklärung für sie ausgestellt, wonach Mandl plötzlich zum Opfer der NS-Herrschaft geworden und im Konzentrationslager gestorben sei. Dies trotz der Tatsache, dass Mandls Geschichte in Münzkirchen allgemein bekannt war. Erst im April 2017 hat dann das Landesgericht Ried im Inkreis diese Erklärung aufgehoben. Übrigens auf Betreiben von Robert Eiter, dem Leiter des Antifa-Netzwerkes Oberösterreich, und dem Mauthausen-Komitee. Die Liste der aus Österreich stammenden Täterinnen und Täter ist leider lang. Aber das ist noch nicht alles. Auch die gerichtliche Aufarbeitung der NS-Verbrechen in diesem Zusammenhang, natürlich speziell jene in Auschwitz, hat bei uns lange Zeit kaum stark gefunden. Und wenn, dann nur sehr, sehr nachlässig. Ich möchte kurz auf zwei skandalöse Freisprüche hinweisen. Die beiden in Auschwitz tätigen SS-Unterscharführer Walter de Jaco und Fritz Ertel sind 1972 in zwei Prozessen freigesprochen worden. Das trotz der Tatsache, dass sie nachweislich die Architekten der Gaskammern und Krematorien in Auschwitz-Birkenau waren. Freisprüche gab es auch für Otto Graf und Franz Wunsch, beide SS-Unterscharführer und Angehörige der Wachmannschaft in Auschwitz. Ähnliche weitere Verfahren haben zu milden Urteilen oder Freisprüchen geführt, oder sie sind gleich ganz eingestellt worden. Vielleicht sind diese Täterinnen und Täter ein Grund dafür gewesen, warum Maria Stromberger nach 1945 fast völlig unbekannt geblieben ist. Wer von ihr spricht, muss nämlich unweigerlich auch über die Verbrechen sprechen, die durch ihre Landsleute begangen worden sind. Und das war in Österreich lange Zeit nicht opportun. Die Geschichte der Maria Stromberger Sie hörten Teil 4 einer Reihe zum Leben der österreichischen Widerstandskämpferin. Die Geschichte der Maria Stromberger Österreich und Auschwitz Heute der Umgang mit der Widerstandskämpferin nach 1945 berichtet von dem Historiker Harald Walser. Dass Maria Stromberger in Österreich trotz ihrer herausragenden Widerstandstätigkeit in Auschwitz nach 1945 keine offizielle Würdigung erhalten hat, das ist beschämend. Die Mehrheitsgesellschaft hat schlicht nichts wissen wollen von den begangenen Verbrechen. Menschen wie Stromberger haben da nur ein schlechtes Gewissen erzeugt. Daher hat man auch viele Täterinnen und Täter lange Zeit unbehelligt gelassen. Umso merkwürdiger ist es, dass im Frühjahr 1946 ausgerechnet Maria Stromberger steckbrieflich gesucht worden ist. In fast allen damaligen österreichischen Tageszeitungen sind Fahndungsaufrufe erschienen. Fahndungsaufrufe, das ist erstaunlich. Denn Stromberger war ja leicht zu finden. Sie hatte seit 1937 ihren Hauptwohnsitz in Bregenz und war polizeilich gemeldet, hätte somit jederzeit verhaftet werden können. Das ist dann im April 1946 auch geschehen. Alle Beteuerungen der ehemaligen Krankenschwester haben nichts genützt. Sie war mehrere Wochen im Gefängnis und landete schließlich in einem Anhaltelager für Nationalsozialisten. Von dort aus hat sie einen Brief an einen ehemaligen Häftling und Vertrauten geschrieben. Ich möchte es jetzt hier mal kurz zitieren. Wissen Sie, ich bin mitten unter Nazis, SS Gestapo, ich als ihr größter Feind. Und ich muss hier täglich ihre Redensarten anhören über die angebliche Ungerechtigkeit, höre Klagen, was die Menschen jetzt mit ihnen tun. Dann stehen vor meinem geistigen Auge die Erlebnisse von Auschwitz. Dieser Brief hat in Polen großes Aufsehen erlegt. Eine Tageszeitung hat darüber berichtet unter dem Titel Rettet Schwester Maria. Schließlich war es dann auch ein prominenter Pole, der für sie interveniert und die Freilassung erreicht hat. Der spätere polnische Ministerpräsident Josef Zyrankiewicz. Stromberger war jetzt zwar frei, aber so richtig angekommen ist sie, wie vor dem Krieg eine lebenslustige Frau, in der Nachkriegsgesellschaft nicht mehr. Sie war inzwischen herzkrank und auch psychisch nach den Erlebnissen von Auschwitz angeschlagen. Als Krankenschwester konnte und wollte sie nicht mehr arbeiten. Schließlich ist sie in einer Prägenser Textilfirma als Hilfsarbeiterin untergekommen. Einmal noch ist ihr eine bedeutende Rolle zugefallen. Sie war eine der wenigen Zeugen aus dem Westen beim großen Prozess in Polen gegen Rudolf Höss, den Lagerkommandanten von Auschwitz. Ihre Aussage machte großen Eindruck, wie man den Zeitungen in Polen entnehmen konnte. In Österreich hat überhaupt keine Tageszeitung darüber berichtet. Am 18. Mai 1957 ist Maria Stromberger in ihrer Wohnung in Bregenz gestorben. Ihr Grab ist 1977 aufgelassen worden. An den Klostermauern im kärntnerischen Wernberg und in der Bregenz am Meererau hängen inzwischen Gedenktafeln für sie. Es ist höchst an der Zeit, dass auch die Republik dieser großen Frau in würdiger Form gedenkt. Die Geschichte der Maria Stromberger Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe zum Leben der österreichischen Widerstandskämpferin. Es berichtete Harald Walser, Historiker und Autor des Buches »Ein Engel in der Hölle von Auschwitz«. Die Biografie ist im Falter Verlag erschienen.